Der Hamburger Hafen, das Tor zur Welt. Und mittendrin ein kleines Stück Peru. Der mobile Showroom war schon in Amsterdam, gastierte jetzt in Hamburg und setzt seine Reise fort in Richtung München. Peru on Tour sozusagen. Das Ziel, Menschen begeistern und einzuladen in eines der schönsten und geheimnisvollsten Länder der Welt. Uns ist es wichtig, dass wir hier eine Auswahl an Produkte und Destinationen aus Peru zeigen können, um unsere Gäste aus der ganzen Welt ab sofort willkommen zu heißen. Und ganz besonders Machu Picchu. Machu Picchu, die Inka-Stadt, die fast jeder kennt. Eine der sieben Weltwunder. Da müssen Sie auf jeden Fall hin, um diese Magie dieses Ortes zu erleben. Aber wir gehen auch nach Cusco, die Hauptstadt der Inka, mit einer Mischung aus kolonialer Architektur, aber auch Inka-Paläste von der Zeit der Inka und der Prä-Inka. Wir können auch weitergehen zum Amazonas. Und in den Amazonas werden wir auf jeden Fall eine Vielfalt an Vogelarten und an Insekten und Pflanzen entdecken. Denn Peru ist eine der Hauptdestinationen für diejenigen, die sich für Natur interessieren. Wenn wir über Vielfalt sprechen, haben wir ja auch eine Vielfalt an Lebensmitteln, an Naturzutaten, die wir in unserer Küche benutzen. Und die peruanische Gastronomie ist etwas ganz Besonderes, weltweit anerkannt. Hier sehen Sie eine Auswahl an Superfoods aus Peru, Naturzutaten, Früchte aus Peru, Säfte, die Früchte und Smoothies. Einer unserer Lieblinge, unserer Favoriten, die Lukuma. Lukuma ist eine Frucht, die nur in den anderen wächst. Eine ganz besondere Frucht, außen grün, innen so leicht orange, mit einem nussigen Geschmack. Und die Lukuma wird in Peru benutzt, insbesondere für die Herstellung von Eis. Sie sehen es hier. Lukuma-Eis, bereits erhältlich in Deutschland. Aber wir haben auch noch etwas anderes zu bieten, und zwar im Modesektor. Perus Beitrag in der Modeindustrie liegt insbesondere in der Produktion an Alpaka. Hier haben wir eine Auswahl an Produkte von Pullover über Mützen und Schals, Handschuhe, aber auch ganz kleine und feine Geschenkartikel aus Alpaka. Und nicht zuletzt, Peru ist einer der Hauptproduzenten an Kaffee und Kakao. Und das macht uns ganz besonders stolz, weil unter den besten Kaffees der Welt und auch unter den besten Schokoladen der Welt sind peruanische Produkte. Hier haben wir eine kleine Präsentation von Schokoladen, die in Deutschland hergestellt werden, aber mit 100% Kakao aus Peru. Sie sehen, wir haben hier eine Auswahl an den Produkten, die Peru der Welt anbietet. Die Ausstellung zeigt eine Welt aus Kultur, Kulinarik, Natur und Abenteuer auf kleinstem Raum. Das macht natürlich Lust auf mehr. Peru ist für den Tourismus geöffnet und freut sich auf Besucher aus Deutschland und Europa. Bicentenario del Perú 2021 Copyright Untertitel diverchen. Untertitelung haben.